Amigaus ist das native Betriebssystem für den Commodore Amiga, das aus den Bestandteilen Workbench, dem Amiga-DOS mit dem Kommandozeilen-Interpreter-CLI und dem bei den meisten Amiga-Modellen im Rom befindlichen Betriebssystem-Kern-Kickstart. Besteht Entwicklung Das System wurde von der Firma Amiga von 1982 bis 1984 entwickelt und nach deren Übernahme durch Commodore 1985 in der ersten Version fertiggestellt. Die Komponente Amiga-DOS und Teile von Kickstart basieren auf TRIPOS, einem Multi-User-Betriebssystem der Firma Metacomco, das in der Programmiersprache BCPL entwickelt wurde. Für seine Zeit d.h. zwischen 1985 und 1992 hatte Amigaus herausragende Eigenschaften, die in der Kombination bis heute von keinem gebräuchlichen Betriebssystem erreicht werden. 32-Bit-Architektur Präemptives Multitasking ähnlich wie bei Unix-Rechnern Mikro-Kernel-Architektur mit nachladbaren Shared-Libraries und Gerätetreibern Library-Aufrufe mit Versionskontrolle Programmierbare Echtzeit-Interrupts mit geringer Latenzzeit Programmierbare Dateisystem-Geräte Anwendungsunabhängige Druckertreiber Mangelshersteller-Unterstützung entstand ein Markt für andere Hersteller Turboprint nutzt die dadurch entstandene Nische heute für Linux-Anwendungsunabhängige Datentypentreiber. Über Data-Typers wurde der Austausch von Daten als Plugin geregelt. Die Ermittlung des Datentyps war zudem vom Dateinamen unabhängig. Fensterorientierte grafische Benutzeroberfläche Mausorientiertes Bootmenü wurden dem System neue Festplatten mit Betriebssystem hinzugefügt, fragte es ab, von welcher das System zustatten war. Die gesamte Hardware-Erkennung erfolgte auch nach heutigen Maßstäben sehr schnell. Anwendungsbezogene Desktops in unterschiedlicher Grafik- und Farbauflösung Ab der Version 2,1 ist eine internationale Lokalisierung dynamisch möglich. Internationaler 8-Bit-Zeichensatz nach ISO 8859-1 Vollständige Abstraktion des Datenspeichers von der Hardware Spricht man Datenträger über den Namen an, ist es bei Wechseldatenträgern unerheblich, in welchem Laufwerk sie sich befinden. Und wenn sie nicht angemeldet sind, werden sie vom Benutzer angefordert. In dieser Form gibt es diese Fähigkeit nur bei Amigaus. Standardisierte Prozesskommunikation per AREX einer hochkompatiblen REX-Variante Punkt. Die ersten 68k CPUs stellten noch keine Memory-Management-Unit zur Verfügung. Deshalb musste Amigaus ohne Speicherschutz auskommen, was allerdings Mitte der 1980er im Heim-Computer-Segment auch noch kein Thema war. Die Workbench wurde nicht zwingend zum Funktionieren des Computers benötigt, da der Betriebssystem-Kern und viele Systembibliotheken im Kickstart-Room enthalten waren, weshalb viele Computerspiele direkt von der Kickstart geladen wurden, um mehr Hauptspeicher nutzen zu können. Dadurch wurden allerdings die Multitasking-Eigenschaften des Betriebssystems außer Funktion gesetzt. Bis zur Version 3,1 wurde Amigaus von Commodore entwickelt. Für die Entwicklung der Versionen 3,5 und 3,9 waren Amiga Inc. und Hage und M.P. Partner verantwortlich. Danach arbeitete Hyperion Entertainment im Auftrag von Amiga Inc. An der Version 4 von Amigaus, der ersten Version von Amigaus, die keine MC6800 Prozessoren mehr unterstützt, sondern ausschließlich auf Motorolas PowerPC-Reihe läuft. Amigaus 4 steht für die PowerPC-basierte Amiga One-Plattform von iTech zur Verfügung. Parallel dazu wurde an einer Version für traditionelle Amiga-Systeme gearbeitet, die mit einer PowerPC-Prozessor-Erweiterungskarte ausgestattet sind. Diese wird seit dem 3. Dezember 2007 an Endkunden ausgeliefert. Die von Hyperion Entertainment für das dritte Quartal 2008 angekündigte Version 4,1 wird seit Anfang September ausgeliefert. Unterstützt wird die Amiga One-Plattform und erstmals die Mainboards der Baureihe SAM 440 der Firma ACUBE Systems. Dies ist für Amiga One-Benutzer das erste Update, das nicht mehr kostenlos erhältlich ist. Seit dem 31. Januar 2009 steht Amigaus 4,1 auch für die Mainboards vom Typ Pegasus 2 zur Verfügung. Unter Amigaus 4 werden Programme für 68k Amigas grundsätzlich in einer Emulation des 68k Prozessors ausgeführt. Für die abhängig von der notwendigen Kompatibilität auch JIT-Kompilierung eingesetzt wird. Mithilfe der GNU-Hilfsprogramme lässt sich Amigaus in ein unix-oides Betriebssystem verwandeln. In diesem Kontext entstand der Editor WIM. Außerdem war Amigaus Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre eine Zeit lang die Hauptentwicklungsplattform für zahlreiche GNU-Werkzeuge. Unter anderem den GCC. Etliche Grafik- und Multimedia-Programme, die es heute für Windows und oder Mac gibt, stammen von der Amiga-Plattform dieser Tage. Am 18. Dezember 2014 gab Hyprion Entertainment die Veröffentlichung und Auslieferung der neuesten Version des Betriebssystems mit dem Namen Amigaus. 4,1 Final Edition bekannt. Diese ist für die Geräte Amiga 1200, 3000 und 4000, Amiga One, C, C, Micro 1, SAM 440, 460, 500 und X1000 sowie Pegasus 2 verfügbar. Am 29. Dezember 2015 wurde der Quelltext von Amigaus 3,1 im Web verfügbar, bestätigt vom Rechtehalter Hyprion Entertainment. Versionen, siehe, Kickstart von Amigaus abgeleitete Systeme. Morphos eine Alternative zur Ausführung von 68k Amigaus minus 3,1 Programmen auf aktueller PowerPC-Hardware in Form der Pegasus-Rechnerfamilie ist. Morphos. Für die Ausführung von nativer PowerPC-Software verwenden Amigaus 4 und Morphos unterschiedliche Ansätze, die nicht miteinander kompatibel sind. Durch Bereitstellung wechselseitiger Emulationsansätze wird hier von dritter Seite an Lösungen gearbeitet. Die Mangelsbereitschaft zur offiziellen Kooperation allerdings eher ein prototypenhaftes Nischendasein führen. Punkt AROS und AF-A Das AROS-Projekt ist ein Ansatz, eine freie Amigaus-3,1 Umgebung auf x86 Prozessoren nachzubilden. Durch eine genaue Abbildung der Amigaus-Api sollen Amiga-Programme durch Neukompilation auf AROS portiert werden können. In Form von AF-A existiert außerdem ein Projekt, mit dem angestrebt wird. Die von AROS eingeführten Neuerungen per Rückportierung auch unter Amigaus und auf der Emulationslösung WinUAE verfügbar zu machen. Punkt Programmierschnittstellen Internet-Sex-Eck ist gleich PowerPC-Nativ-Recht-Eck ist gleich kein SATA-2LAN-Envoy. Pane Grafik 2D CyberGraphic von Frank Mariak Picasso 96 von Tobias Abt Ent Alexander Kner EGS 3D Minigl von Hyperion Entertainment M. Glut Library Web 3D von Hyperion Entertainment Storm Mesa von Hage und M. Partner Agle Library Agles Map Library Allo Library Aglut Library CyberGl von Frank Mariak Audio AHI von Martin Blum Medi CAMD von Commodore Midi Library von Bill Barten Blurebon Library von Bars und M. Pipes MHI von Paul Kureschi und Thomas Wenzel MPEG Device des CD Kubik Quadrat MPEGA Library von Stefan Tavenat Torkata Library von Macro System Mastix Library von Richard Körber Video VHI von USPR IT GmbH MPEG Device des CD Kubik Quadrat TV Library von LBOX Computer TV Card Library bzw. Valiant Vision Library von Guido Mersmann P4 Specials Library von VillageTronic Computer Scanner Beta Scan von CIN ScanQuix GUI GAT TOOTS BGUI von Jan van den Bad Triton von Stefan Zeiger Storm Wizard von Hage und M. Partner Magic User Interface von Stefan Stunz Reaction Vilein von Olivier Laviale OX von Andreas Schabot Bus Zorro Expansion Library PCI Aopen PCI Library von Benjamin Fanaux PCI Library von LBOX Computer PCI AX Library und CYB PCI Library von Ralf Schmidt USB ANAIS Poseidon Serien HDD Track Disc 64 Bit New Style Device Direct SCSI Benutzer Verwaltung Commodore hat keine Schnittstelle zur Verfügung gestellt Alternativ gibt es User Group Library Accounts Library Multi-User Library Virtueller Speicher Commodore hat keine Schnittstelle zur Verfügung gestellt Alternativ gibt es VMEM Library VMM Library VMEM Evolution Text Bullet Library Library für Vektorschriften FreeType 2.Library bzw. FT 2.Library für Toteib Text Text Text